Genau, ich habe sehr viel Aroma gemacht, deswegen habe ich ein Ibuprofen gekauft. Jetzt ist es gut, aber es wird so sein. Los geht's! Ich beginne mit dem Saat Sekis. Es ist sehr schön. Es war sehr schön. Aber nach 30 Sekunden wird es nicht mehr sein. Ich freue mich jetzt. Ich freue mich. Und jetzt heute abgehen wir lesen. Es ist schon so schönes Kilometer. Das sind sehr schön, aber ich habe es noch schön. Ich bin schon sehr schön, aber nicht so schön. Ich habe sehr schön drin. Ich bin sehr schön. Ich will da, Rymtok ist Sack. Musik Ja! Hier ist die einzige, die ich liebe. Kekova Güzel. 3 Seiten gibt es der kleine Liman Kalle 3, der Kale Kalle, und der Kekova Adas. und die Welt mir sehr gut geführt hat. Jol chok kaigan, chok islak, chok jabashkidiorum, ah! You hold my mind in a tight grip, when I walk all over you, and your blood is in the water, as you go straight through. What a beautiful place! Really the weather is everything. If it's a beautiful weather, I feel good. The weather is very hot now. There is no one here. I'm looking for a lot of food. There is a house, maybe a house. Let's see. Now it's 11.30 pm and it's 5 km of weather. It's a beautiful weather, so I'm very happy. Now I'm in a small village. And I'm going to go there. Shinai brother's place. It's a beautiful place. I forgot to watch the video, but I got a coffee drink. I got a coffee drink. It was a beautiful place. It was a beautiful place. Now it's 5 km of weather. The energy is a lot. It was much fun. The weather is very hot now. The weather is 20.50 km of weather. It's a beautiful place. Here goes the weather. Let's go! Wow! My brother Janet Gibby. Teşekkürler Teyze. Teyze. Çok güzel. Köpek nereden geliyor gerçekten bilmiyorum. Neredesin? Nerelisin? Ama benimle geliyor. Merak ediyorum. Sahibi nerede? Nerede oturuyor. Çok sıcak. Wer köpek zuyum istemiyor. O yüzden biraz merak ediyorum. En de selenyor. Köpek halabude. Zaman beni beklio. Playa geldim. Ach, badem. Oh, 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 oh. Ich habe sehr schön gekampft. Andriake Camping und Kaffee. Jogartik! Christina! What a day, what a day. Hezamanbulu Shibu. Wow. Wie ist es? Ich bin. 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 Ich habe die Wiese bekommen. Ich habe alles in der Schule gesehen. Es war sehr gut. Es war Essen, Restaurant, Internet. Es war alles. Es war ein schönes Ort. Ich war schon nicht. Ich war ja mit dem Miskad他们. Ich konnte nun mal begreprise. Und ich habe sehr gut gesehen. Ich wusste, dass ich zu können verlaufen kann. Ich weiß, dass ich mich nicht machen kann. Ich wusste, dass ich mich auf die Liga des Jahres auf die Liga meats berill musste. Es war sehr schwer, aber es war sehr schön, sehr schön. Ich habe auch Christina, sehr gut mit Menschen kennengelernt. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Tschüss. Du bist sehr lieb. Ich habe manchmal sehr viel Spaß gemacht, aber es ist nicht am Ende des Tages. Und das ist die Welt der schönsten. Die drei Tage werden sehr schwer und sehr schrecklich sein. Untertitelung des ZDF, 2020